liebe freunde es ist heiß die sonne brutzelt es ist nicht nur heiß es ist sauheiß aber wir wären nicht der etwas andere makler wenn wir nicht auch bei so einem wetter für euch draußen unterwegs sind und objekte einkaufen wir haben hier eine doppelhaushälfte auf einem real geteilten grundstück und um die spannung hier rauszunehmen wir befinden uns im wunderschönen selsen es handelt sich hierbei um ein denkmal schutz objekt was generell ein altbau ist aus 1800 aber 1968 grundlegend kern saniert wurde und es ist super super gepflegt 674 quadratmeter ist das grundstück in summe groß 139 quadratmeter wohnfläche effektiv voll unterkellert mit einer mega mega außenanlage ja der max nimmt euch jetzt mit auf die reise zeigt euch bilder schaut euch an es ist wirklich richtig richtig cool viel spaß bei den impressionen und 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, die Zinsen sind gestiegen, aber dadurch auch die Chance durch einen Vergleich noch ein günstiges Angebot für eure Finanzierung zu erhalten. Deswegen nutzt mein Angebot, kommt auf mich zu. Ich vergleiche die Konditionen von über 500 Banken für euch und finde die beste Finanzierung für euer Vorhaben.